Ursula von der Leyen ist erneut nominiert worden als Spitzenkandidatin für die Europäische Kommission als Präsidentin. Ja, mit 82 Prozent. Ist eigentlich kein gutes Ergebnis, auch wenn das auf den ersten Blick gut klingt. Es gab keinen Gegenkandidaten, man kennt es. Wir gucken uns das ganz genau an, was jetzt gerade durch die News-Sticker läuft. Mal und zusammen, ich bin Olli, wenn du noch bis jetzt ein Abo für kritischen Content dalassen. Und wir sehen das hier, oben läuft es ja noch durch die Breaking News. Ja, erste Hürde für zweite Amtszeit. Von der Leyen mit 82 Prozent zur Spitzenkandidatin gewählt. Und wer jetzt denkt, ja, natürlich, das ist jetzt super und da wird sich jetzt viel ändern. Nee, nee, ja gut, im Negativen wird sich natürlich noch mehr ändern. Denn man muss sich ja überlegen, Frau von der Leyen ist ja eigentlich gar nicht so beliebt. Man hat das nämlich, die interessante Nachricht, die ist von gestern, glaube ich, war das, hatte ich das abends noch gelesen, genau. Ja, von der Leyen's zweiter Anlauf aufs EU-Spitzenamt. Doppelknatsch vor der Krönungsmesse, wie es hier heißt. Ja, das ist auch ein schönes Wortspiel, was hier gewendet wird. Denn das geht auf Frankreich zurück, die nämlich hier ein bisschen Stress gemacht haben. Bisschen, man kennt das. Aber warum? Weil es bei denen gerade nicht so gut läuft in Deutschland, im Land, genau wie in Deutschland. Aber dort möchte man das dann halt ein bisschen anders haben. Man möchte eigentlich eher nicht so die Frau von der Leyen haben. Mit ihrem sogenannten Green Deal, was ja ein riesengroßes Projekt der EU und speziell auch der vorangetrieben von der Frau von der Leyen ist, sieht man ja, dass das nicht überall auf Zustimmung in der Bevölkerung stößt. So, und dementsprechend, die Franzosen wissen das ja ganz genau. Heißt es nämlich hier, zwar gilt die Wahl der Deutschen als sicher, dass es keinen Gegenkandidaten gibt. Das kannst du dir alles nicht mehr ausdenken, Leute. Du kriegst nur 82 Prozent, wenn es keinen Gegenkandidaten ist. Das ist auch eine Leistung. Und Frankreichs-Konservative mucken auf, sagen non, merci zu Ursula von der Leyen, weil ihnen ihre Klima- und Umweltkurs zu grün ambitioniert und vor allem zu bauernfeindlich ist. Ach, surprise, surprise, sind die zahlreichen Maßnahmen, die die Bauern auszubaden haben, doch nicht so gut angekommen in der französischen Bevölkerung. Sitzt man jetzt hier vielleicht auf einen anderen Weg? Aber offensichtlich nichts. Es passiert nichts. Man hätte ja hingehen können und einen französischen oder auch irgendjemand anderen ansetzen können für dieses Amt, für diese Wahl jetzt. Aber nein, man hat es nicht geschafft. Ohne Gegenkandidaten hat die Dame, wie gesagt, hier sage und schreibe 82 Prozent erzielt. Es ist einfach nur noch albern. Das sind hier tatsächlich 400 von 489 gültigen Stimmen, damit sie gewählt wurde, entspricht ganz genau 81,8 Prozent. Und das ist wirklich keine Leistung. Das muss man an der Stelle hier ganz klar sagen, meiner Meinung nach. Und wenn man sich überlegt, dass wir Bürger ja seinerzeit, bevor die Frau von der Leyen in dieses Amt gekommen ist, hier eben mit dem Herrn Manfred Weber quasi uns vorgestellt wurde, dass er es wird, hier rechts im Bild zu sehen. Und dass er es ja nie geworden ist, Chef der EVP. Und eigentlich hätte er Kommissionspräsident werden sollen. Ob er besser gewesen wäre als von der Leyen oder nicht, das wage ich nicht zu beurteilen. Da habe ich auch schon zahlreiche Berichte darüber gelesen. Vielleicht schlimmer geht immer, sagt man ja so schön. Wäre es noch schlimmer gewesen. Aber es ist schon eine krasse Nummer. Und Frau von der Leyen, was jetzt gerade hier vor den Europawahlen passiert, ist halt auch ganz, ganz interessant. Da kommt nochmal ein ausführliches Video zu der Situation, was nämlich der Fokus hier geschrieben hat, bezogen auf einen Artikel von der Krone, die da was zugespielt bekommen haben aus Österreich, Krone.at. E-Autos sollen CO2-Ausstoß bekommen. Verbrenner ausgekippt. Medienbericht enthüllt brisante Details. Und da geht es nämlich speziell darum, das ist ja auch so ein Prestigeobjekt der Grünen auf EU-Ebene und speziell dadurch natürlich auch durch die Kommissionspräsidentin hier unterstützt, dass es darum geht, E-Autos werden, wenn man auf die Webseite guckt, mit 0 Gramm CO2-Ausstoß angegeben. Das mag für den Moment der Fahrt vielleicht stimmen, weil jetzt gerade aus dem Auspuff hinten nichts rauskommt. Aber das ist ja Schwachsinn. Das ist ja hinten bis vorne absoluter Schwachsinn, das auf 0 offiziell anzusetzen, denn wo kommt denn der Strom her, der für die Batterien aufzuladen oder genutzt wurde? Richtig, in Deutschland ist Kohlekraft. Von mir aus mag das so sein, dass es funktioniert, wenn jemand, ich bin der Letzte, ich bin ja Libertär, ich bin ja der Letzte, der jemandem vorschreibt, der sagt, du sollst jetzt aber kein E-Auto fahren, du sollst jetzt hier einen Verbrenner, Diesel oder einen Benziner fahren. Nein, absolut nicht, verstehe mich nicht falsch, im Gegenteil. Wer ein E-Auto fahren will, soll das machen. Aber erstens, ich möchte dafür keine Subventionen leisten, weil andere sich ein teureres, ein anderes Auto kaufen. Punkt. Ich bekomme auch keine Subventionen, weil ich ein Benziner fahre, der 17 Jahre alt ist. Wäre schön, wenn. Nämlich gerne, aber bekomme ich nicht. Also Gleichberechtigung für alle. Zugleich, dass Elektroautos so hofiert werden, ist eine bodenlose Frechheit. Neben der Subvention gibt es auch noch eine geringere Besteuerung, sprich keine Kfz-Steuer. Zehn Jahre frei. Weiterhin ist die Versteuerung als Firmenwagen deutlich attraktiver. Mit einem Prozent muss ein Verbrennerfahrzeug versteuert werden und mit 0,25 Prozent nur ein Elektrofahrzeug. Eine absolute Ungerechtigkeit. Absoluter Schwachsinn. Wer sich das ausgedacht hat, ist sowas von dreist. Und dann aber nur 1,3 Millionen Fahrzeuge in Deutschland auf den Straßen zu haben, die elektrisch unterwegs sind, das ist ein Armutszeugnis für diese Elektromobilität und offensichtlich eine Bestätigung dessen, dass die Antriebstechnologie nicht so gut ist offensichtlich. Aber nochmal, wer es machen will, kann das machen. Wo kommt der Strom her? Wenn ich jetzt öffentlich irgendwo lade, je nachdem wo, kommt der aus Kohlekraft. Richtig. CO2-Schleuder sonst was. Das ist absoluter Schwachsinn. Interessant ist aber der Punkt dann, warum kommt denn jetzt gerade das CO2-Thema hier auf bei den Autos, dass man jetzt hingehen möchte und sagt, ja, dann schreiben wir auf der Webseite jetzt bei den verschiedenen Autoherstellern, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie Auto XY als Verbrenner, als Benziner 110, 120, 130 CO2-Gramm pro Kilometer hat, dann müssen wir bei den E-Autos auch was schreiben. Wie soll das denn festgesetzt werden? Das wird dann errechnet irgendwie aus dem Strommix, der gemacht wurde. Glaubt mir, der wird niedriger sein als bei den Verbrennern. Erstens das. Zweitens, warum kommt das jetzt? Man merkt, dass der chinesische Markt sehr, sehr stark ist, weil die produzieren natürlich unter normalen Bedingungen, die haben Atomkraftwerke, bauen zahlreiche neue, bauen auch Kohlekraftwerke neu, etc. pp. und können einfach konkurrenzfähig produzieren, dadurch günstig produzieren und günstig auf den Markt bringen. Was man jetzt auf dem deutschen Automobilmarkt ganz stark sieht oder EU-Markt und Europa auch, sieht man das auf dem Markt, dass B-By-D beispielsweise mit sehr attraktiven Fahrzeugen zu sehr lukrativen Preisen auf den Markt kommt. Und da können deutsche Hersteller in diesem Ausmaß nicht mithalten, sodass die natürlich Absatzprobleme haben. Also worauf will ich hinaus? Die EU macht das nicht mit dieser CO2-Angabe, um jetzt uns Bürgern was Gutes zu tun und ehrlich zu sein. Nein, das ist vor den Wahlen, wichtig, vor den Wahlen im Sommer diesen Jahres. Danach wird das garantiert wieder geändert und anders aussehen. Und man versucht es in chinesischen Fahrzeugen auf dem Markt hier deutlich schwerer zu machen. Um, ja, der Grund wird schon vorhanden sein, natürlich auch der Automobilindustrie in Deutschland und speziell in der EU, in Europa, jetzt nicht noch den kompletten Stoß über die Klippe abzugeben. Aber es ist halt schon wirklich ein Armutszeugnis, was hier über die letzten Jahre passiert ist. Und glaubt mir, das ist hier alles noch nicht so beendet in den Diskussionen. Wir müssen die EU wirklich komplett reformieren. Wir benötigen nicht eine EU in diesem Ausmaß, wie wir sie mit dieser Bürokratie aktuell haben, mit zwei Parlamenten, einmal sitzend in Straßburg, einmal in Brüssel. Martin Sonneborn von Die Partei hat das vor Jahren auch schon mal sehr, sehr gut gemacht, wie die regelmäßig am Hin und Her, am Umziehen sind, was uns jährlich Millionen Euro kostet. Das ist unvorstellbar. Jeder einzelne EU-Abgeordnete bekommt über 10.000, ich glaube 10.700 Euro pro Monat. Das steht alles in keiner Relation mehr. Jetzt schreibt eure Meinung unten in die Kommentare rein, abonniert den Kanal gerne, wenn ihr neu seid. Bis zum nächsten und ciao.